ok wir sind hier jetzt wieder an einem ich glaube ich werde sie mal einfach mal heimlich rein oder ich könnte es auch da oben auf den berg gehen ein bisschen spionieren ich glaube das wäre vernünftiger es ist ja eine komplette stadt also ein dorf schaffen wir das jetzt zu übernehmen ich weiß es nicht das ist ja schon fett ne kann mich aber kurz umgucken hier steht wieder so ein lkw ach du sau das ist deren basis geil da ist noch eine wenn hier gibt es auch kein ok ich werde jetzt versuchen hier an den turm rand zu kommen wir werden sehen ob das funktioniert also so auf jeden fall nicht der eingang bringt mir nix hier ich muss schon hier so rein ich hasse es wenn ich absolut null kontrolle habe aber das wird bestimmt eine geile übernahme ich hoffe ich schaffe es wenn sie überhaupt die übernahme gibt hier oder wenn es natürlich so ein kaff ist was direkt denen gehört wieder eine wie das eine lager da wo wir dieses diese waffen diese diese munition diese munitionslager zerstört haben dann haben wir natürlich ein bretsch ist muss ich sagen aber ich würde sagen das hier ist auch eine sehr schöne scharf leider das kann ja nicht bringen sehr schöne scharfschützen position ich glaube das bringt mir nichts hier oder ich glaube nicht dass das ein kaff von denen ist glaube ich irgendwie nicht dran oder es hat zwar rote dächer und ich sehe jetzt hier auch keinen direkten funkturm oder so ja hier ist irgendwie so ein treffpunkt von denen ok ich sehe nichts weiter nur diese typen hier da kommt die nächste schon angetreift dieses viehzeug es wird diese gleich angreifen ok vielleicht soll ich doch lieber erst mal auf den turm dass ich dieses gebiet hier sehe ich weiß gerade nichts über dieses gebiet ja cool schiebte das auto dahinter ok vielleicht lasse ich es einfach von dannen ziehen ich habe sowieso wieder leicht gehäck ok ich werde jetzt mal ich werde jetzt mal wieder runter machen und werde jetzt mal zu den funktoren gehen das bringt mir hier gar nichts ich sehe das gebiet nicht ich muss halt gucken jetzt ich sehe wirklich nichts woher ok ok war gut dass ich hier rein bin noch eine küste zum eine küste zum blindern jetzt sind die natürlich hier scheiß und dreck verdammt wieso soll das auch einfach funktionieren wieso kann ich wieso geht es nicht einfach über die straße ok die wenden da oben das ist klar das ist ja die ganze zeit schon so wir haben es geschafft ok wir haben es geschafft dieses gebiet für mich noch zu es ist nervig so glück ist es noch selten ich muss vorstellen dass bei anderen rechnern das hier nur so geht schönes wasser möwen die sind jetzt weg komododo wo rein fuck komododo wo rein mhm kann das mich wieder komododo wo rein und das ist doch egal ich will da gar nicht hin das ist doch wir kommen ok immer schön obacht komodo wo rein Alter, die Sonne. Boah, Alter, die kommt bis hierher. So. Hier sind gleich am... Fuck, Mann, die Bieste sind so schnell. Boah, ich bin schneller als du. Alter, da treiben sich ein paar Viehschaden. Übelst. Geh doch hoch, geh doch einfach da hoch. Da unten kommt ein Komodowodoworan, Komodowodoworan. Ich werde es nie lernen, wie die fiese Heide. Hier oben hörst du pfeifen. Das heißt, hier ist ein Gegner. Toll, beim Turm. Du bist erbärmig. Okay, hier ist einer. Ich schwitze wie ein Schwein. Findest das, dass Veganer mehr Stilvermögen haben? Super, dann kannst du öfter ficken, bist aber zu schwach, um lange durchzuhalten. Ich hab keine Wahl. Mir gehen die Pillen auf. Oh. Verfluchte! Okay. Guck mal, wo, 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 ran? Noch ein paar, äh, Leichern. Nehme ich. Und wir haben unser erstes Ziel erreicht, von vier. Ich werde natürlich hier Obacht, Obacht, ne? Ne Ziege! Ne Ziege! Ne verfickte Ziege! Bleib stehen! Ach, nö. Ne scheiß Kodomo würde, 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 rein. Ziege brauchen wir nämlich noch. Oh, alter, 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 du Drecksvieh. Du bist, du stirbst einfach. Ziege brauchen wir noch. Ziegenfell brauchten wir viel, viel, viel. Und da hätten wir die nächste Ziege. Warum macht das jetzt so eine Musik? Wo war die Ziege? Was ist da denn passiert? Das ist ja okay. Ach, das war so ein Kodomodowodoworan. Bleib weg von mir, ich gehe auf den Turm. Kodomodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodowodow Da ist nämlich niemand, der tut auf mich schießen. Klettern. Klettern. Ach, hier gibt es so. Okay. Ich stört halt jetzt der Gedankengang, dass ich etwas liegen gelassen haben könnte. Habe ich aber nichts. Ich kann ja auch einfach da hin. Ja, 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 ja. Einfach nehmen. Nehmen, 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 nehmen. Geld ist immer gut. Geld kann einfach mal jeder gebrauchen, würde ich sagen. So. Hoch hier. Und hoch da. Das ist ja voll der Jump, der Jump-Turm. Jump, Jump-Turm. Liegt hier irgendwas? Nope. Okay, ich denke mal... Okay, ich denke mal, dass ich denke, dass ich da hauchen muss. Yeah. Ja, was ist denn das für ein zerbrochener Turm? Das ist ja... So, hoch hier. Falsche Seite. Alter, jetzt, 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 mal bald wieder Tieffall. Falling down und so. So, hoch. Und dann gehen wir jetzt mal ins geziegte Fällen-Menü. grüner Poker-Chip. Und ich hätte nicht 20 Dollars. So, Herstellung. Ja, Medizin können wir aber noch ein bisschen ein bisschen was machen. Wir können noch nichts machen. Wir können nämlich den Wurfgeschossbeutel machen. Hirschfell. Ja, ja, dieses, ja, diese, die, da, die, da, da, die, da, da. Den sind wir natürlich öfters begegnet. Ziegenfell. Leopardenfell. Ja, das haben wir wieder nicht. Leopardenfell. Wieso brauch ich den jetzt schon wieder? Das ist verarschend. Ich hab da vorn das Büffel gehabt. Na dann. Da wissen wir ja schon, dass man wieder Püffel wird auch mit dem Bissen. Leopardpüffel. Ziegen haben wir jetzt. Dingo. Ja. Ich hörte mich. Das tut mir echt so übelst leid. Ich kann das einfach nicht merken. Also. Ich weiß. Spätestens jetzt schaltet er weg. Büffelfell. Mann. Also Büffel. Wir brauchen Büffel. Wir brauchen Hirsch. Büffel, Hirsch, Leopard. Büffel, Hirsch, Leopard, Wildschwein. Und Dingo. Okay, kann man sich ja... Das ist jetzt wieder so ein... Wo müssen wir denn... Oh, dieses Relikt. Ein Relikt. Sollen wir oder sollen wir lieber nicht? Guck mal. Warum tanzt er da auch? So, jetzt wollen wir ja sowieso hier runter. Genau, da holen wir uns wieder als nächstes den Turm. Und ist... Pock. Da ist die Welt. Da ist Insel behalten. Okay. Da unten steht ein Quad. Das ist wieder so eine Mission. Ist mir egal. Ich fühle... Ich habe jetzt ja echt... Ich müsste jetzt erst mal meine Ziele erreichen. Relikt. Relikt. Wie geschickt. So, dann... Ein Bärschwersch. Hallo? Oh. Nein, 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 nein. Ich muss trotzdem übergucken, ob das... Das ist doch... Ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Quatsch. Dingo, 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 Ding, 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 Hallo mein Dingo, komm doch zu mir. Ich mach aus dir ne Tasche. Das gefällt mir. Mir und mir reimt sich nicht, ich weiß. Das war Dingo Nummer 1. Zwei. Wo ist die Nummer 3? Warte ich das Vieh denn erschossen? Ah, hier. Ja, ich musste doch jetzt, ich musste doch. Mensch, warum trinke ich denn jetzt unter den falschen Testen? Ich hab doch, ich hab doch, ich bin doch. Ich kann doch, ich muss doch. Ah. Tierfell. Yeah. So, hat man das auch? Ja. Da fehlt uns jetzt nur noch Wildschwein. Wildschwein, Leopard und Büffel. Wenn ich die abschieße, fangen sie an zu müffeln. Ich reime euch ziemlich schlecht, aber das geschieht euch schlecht. Hahaha. Hahaha. Hahaha.